Der Wintersport hat viele Gesichter. Verschneite Wälder und Landschaften laden zum Schneeschuhwandern, Skifahren, Snowboarden und Langlaufen ein. Auf der Naturrodelbahn fahren groß und klein um die Wette. Beim örtlichen Veranstalter können Wintersportgeräte ausgeliehen werden. So steht dem Wintersportvergnügen nichts mehr im Weg. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich.